Hamburg feiert zum siebten Mal in diesem Jahr den Africa Day im letzten Jahr mit 15.000 Zuschauern, ich vermute in diesem Jahr mit 20.000 Zuschauern. Die Nachfrage steigt und nicht ohne Grund. Wir haben ein interessantes Programm, ein spannendes Programm, ein rhythmisches Programm. Musik, Tanz, Informationen, Austausch, Networking, es ist alles dabei. Diesmal unter dem Motto Kultur, Bildung und Business vom 24. bis 27. Mai auf dem Wandsberg Marktplatz. Musik 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 Fumboot! Levez-vous! Fumboot! Oui, 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 Afrika!